Der Zusammenhalt ist wahrscheinlich dadurch gegeben, dass Böhringer Ingleheim immer noch ein Familienunternehmen ist, also in privater Hand ist und das spürt man tagtäglich in der Zusammenarbeit. Der Teamspirit bei uns ist, dass wir offen miteinander kommunizieren. Wir unterstützen uns gerne, wir haben Vertrauen zueinander. Also an meinem Team gefällt mir der Zusammenhalt, trotz der unterschiedlichen Persönlichkeiten, unterschiedlichen Ausbildungen. Wir haben ein sehr hohes Maß an Flexibilität und eben diese Hilfsbereitschaft, die dafür nötig ist, also einfach, dass man erkennt, wann der Kollege Hilfe braucht oder auch um Hilfe fragt. Die Teams sind divers, multikulturell, composed by very well experienced and highly motivated scientists. Es ist ein kollegiales Miteinander, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das entspricht auch generell der Böhringer Kultur, das entspricht unseren Werten. Empathie, Respekt, Vertrauen und die Leidenschaft. Das Verhältnis zu meinem Vorgesetzten ist freundschaftlich, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Da sehr viele früh und spät arbeiten, ist einerseits die Kommunikation über E-Mail extrem wichtig, aber auch schon fix Termine. Ich bin innerhalb von kürzester Zeit mit sehr offenen Armen von unserem Team empfangen worden und das ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben und hat mir natürlich den Start ins Unternehmen sehr erleichtert.